Was ist denn? Normalerweise ist das nicht auch voll unbrauchbar, oder? Hat nur die Moddrops halt angezogen, ansonsten auch voll gekommen unbrauchbar. Naja. Lassen uns einfach dabei. Hier ist noch alles tuttig. 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 Was ist das, was da? Oh Gott, das will. Das war ein Diss. Was ist das? Gewitter hab ich noch nie erlebt. Ja, nicely. Oh Gott, das tut mir so leid, wenn ich die da so sehe. Oh, noch Häuschen und sowas. Ja, wenn ich jetzt weiß, was mit den Bäumen jetzt ist. Sind die jetzt kaputt? Habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab's genau gesehen. Aber sind die jetzt kaputt, oder? Ja, ich hab's gesehen. Ja. Ja. wirst du diesen strauch ziehen ist doch kein strauch aber ob der jetzt tot ist oder sowas sagt er mir jetzt auch hier nicht naja warten wir mal drauf weisele ist ja gut chill mal dein leben du guck wie ich so scheiße ich habe lange bin ich mit meinem kopfhörer gegen das mikro gekommen ich bin vollkommen ratlos wie eh und je was zum leck mich tot soll ich denn machen oh die chica geht es nicht gut warum geht es denn der chica nicht gut ach chico oh nein um Gottes Willen guten Morgen kleine perverse Drecksau ey wo ist denn meine wir müssen alle weg gehen jetzt hier ist für die chica jetzt geht mal weg die chica ist unglücklich mutter 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 Die Worms haben es echt nicht leicht hier, ey. Sollten wir vielleicht einen abgesperrten Bereich für die machen. VIP-Launch. Wir wollen alle ganz neidisch rüber gucken. Wir werden nur die reinlassen, die sie wollen. So, genug Scheiße gelabert für heute. Ähm... So, ich habe immer noch die 6 Butterblumen. Wahrscheinlich kommt kein Bienchenvieh, weil es leicht. Da ist immer noch der Donut, der kommt aber nicht rein. Ich weiß nicht, was ich machen soll für den Donut. Ich habe jetzt ein paar Pinatas weggegeben wieder. Das ist schlecht gewesen. Der ist schon wieder weg. Ey, mehr hohes Gras kann ich nicht machen, Leute, ey. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, Buzzagum ist nicht da. Der kommt nicht rein. Beim besten will nicht. Du, Buzzagum, komm hier rüber geflogen. Ich habe 6 Butterblumen. Ich muss mich verarschen, jetzt. Jetzt will ich mich verarschen, jetzt. Oh, Leute. Jetzt kann man da drüber, weil der die ganze Zeit gegen die... gegen die, gegen, 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 gegen den Buschler geflogen ist, oder was? Ne, ist mir jetzt auch egal. Weisler. Bin ich auf dem Kranz. Der Baum ist immer noch kaputt. Du hast einen... Du hast Besuch von einem Buzzagum. Ach, jetzt habe ich erst einen Besuch von Buzzagum. Wo ist das Scheißvieh? Buzzagum-Besuch. Info. Info. Jetzt Besuch von Buzzagum. Er war doch schon mal hier im Garten. Söderot. Sö. Bums! Level! Scheinlich nur, ich werde es auch. Das war es jetzt, oder was? Schnauze! Hoppala! Oh nein, was ist das denn? Eine Rüppeline? Okay, das ist einer dieser Scheißviecher, die alles kaputt hauen. Blöden Mistmaden. Buzzelgum und Raisins! Kann ich nicht verkaufen. Hat zwei Stück Obst gegessen. Ansonsten unterschiedlich. Stoffe sind sie einfach erreicht. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Wo hab ich jetzt mein... Wo... Hä? Wo hab ich denn jetzt bitte schon zwei Buzzle Gums her? Ich muss auf jeden Fall jetzt mir einen Köter besorgen. Hat keinen Sinn mehr. Das ist so unspannend irgendwie. Auf jeden Fall jetzt gleich ein... Häuschen für die Buzzle Gums holen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann kriege ich die vielleicht noch zu einem Techtelmechtel. Wenn das noch so lange braucht, ne? Wenn das noch so lange braucht, ne? Probieren, ob wir uns aussehen, wenn wir brauchen. Ein einzelnes Pinata. Am besten eins oder wertvoll. Ja. Ähm... Ja, da haben wir schon einen. Einpacken. Müsse... Merch. Herausforderer. Habt ihr's jetzt langsam mal. So, die haben sich jetzt beruhigt. Es ist gut. Ich werd jetzt mal eine Behausung für die Buzzle Gums kaufen. Guten Abend, Siggi, dann noch Honigkorb, ist das jetzt eine Behausung für die oder ist eine Stätte um Honig herzustellen? Ne, das ist nämlich eine Behausung, richtig, richtig. So, in welche Richtung wollen wir das denn mal machen? Natürlich kann ich zahlen, Weizel, erstaunlich, du hast 18 Auszeichnungen erhalten, yay, Freude, und jetzt, was müsst ihr nochmal machen, ihr müsst was phrasen, Frucht oder sowas, ne, hat zwei Obststöre gegessen, leider wirft meinen Baum nicht mehr, von daher bin ich gezwungen euch Obst zu besorgen. Was ist der andere, da? So, 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 so. Fräst mal was. So, 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 so. So, 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 so. Du Dreckstvieh! Du Drecksvieh, du Drecksvieh, du Drecks, Drecksvieh, du Scheißdrecksvieh, verpiss dich. Information, Champignons gegessen habe ich nicht. Also erstmal verkloppen, er hat es schon kaputt gemacht, diese dumme Sau. Piss dich jetzt, blödes Vieh. Das ist das letzte, was ich unbedingt haben will hier. So, du da hin. Machen. Baumeister ist irgendwann mal fertig. Dann könnt ihr vielleicht eine Mächte starten. Drecks, die hat mir gerade noch gefehlt. So, wir müssen noch was machen hier. Scheiße, den wollte ich aufhalten. Baumeister fertig. Och Leute, ich wollte jetzt einen fucking Techno Mächte machen. Sehr schön. Sehr schön. Willst du mich verarschen? Das ist unglaublich. Gescheuert. Einfach nur die Schubbe. Arzt ist angekommen. Warmeister doch jetzt endlich mal. Ach du Scheiße. Ich bin auf dem Weg. Ganz ehrlich, die Münzen können mich alle mal. Schön geschafft. Dann kriegen wir noch mal ein paar Levels doch noch hier hin. Na, fett abdancen. Cheer. Toll. Was ich immer eins und zwei an mein Techno Mächte. Verkoppelungsmeister. Bing. Schönes Ding. Haben wir in der Läder geschafft. Das tut mir wahnsinnig leid, aber Buzzle Gums sind jetzt nicht unbedingt, was ich drinnen haben wollte. Heintschöp. Mist. Ah, Katze. Das ist dasselbe Bild, was in meinem Kopf noch lebt. Vertrauen ist gut, doch geb ich zu, dass es mir leider fehlt. Keine Chance. Du kommst hier nicht weit mit Worten. Ich weiß es, du glaubst es nicht. Das heißt, wir können jetzt das hier auch wieder wegschmeißen. Ich lass das jetzt da machen, dieses dumme Dreckswie. Mach das aber nicht. Geh nehm du Arsch. Hätt ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Kohle bekommen. Verstehst? Mach jetzt halt du Arsch. Ist immer dafür da, um Kohle zu kreieren. Ach ja. Gut. Jetzt haben wir die Bienchen auch gemacht. Mit dem Bienchen und dem Blümchen. Boah, witzig. Ein paar Läberchen auch mal gemacht. Zwei Stück. Das ist ein Kreislauf. Niemals bleibt er stehen. Ob du weinst, ob du gehst. Du darfst nur selber nicht stehen bleiben. Ich seh die Scherben fallen, doch ich fang sie nicht. Ich seh die Scherben fallen, doch ich fang sie nicht. Und ich seh die Scherben fallen, doch ich fang sie nicht. Ich fang der Geh geht vielleicht doch mal das Licht auf. Ich geh nicht drauf, solange ich noch weiß, wer ich bin. Die sind ja ziemlich am Arsch beide. Doch es scheint Gott ist so sehr gut am Ende gewinnt. Vielleicht die Scheiße, die mich immer wieder unterdrückt. Und ich bleibe liegen, sinke immer wieder ein Stück. Wenn es das ist, wofür jetzt gekommen seid. Um zu sehen, wie ich fall. Tut es keine Leid. Piniora ist geschlüpft. Freu mich sehr. Dann bist du klein. Ein bisschen Distanz nochmal schaffen. Ich geh nicht drauf, solange ich noch weiß, wer ich bin. Doch es scheint aus, dass wir uns am Ende gewinnen. Vielleicht die Scheiße, die mich immer wieder unterdrückt. Ja, wie ich dich kriegen soll, weiß ich auch nicht. Weh, weh. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Das weg. So, was er hier verpasst. Anzuklicken. Das passt alles so. Schön.